Yo Leute, was geht ab? Muka hier wieder am Start und die neue Kamuta-Star. Seht das euch an. Weitwinkel, Nioh. Sieht schon ziemlich geil aus. Man muss so damit spielen. Hä? Aber ich muss immer da reingucken, nicht auf dem Bildschirm. Ist auf jeden Fall eine supergeile Kamuta und ja, wir sind bei meinen Eltern. Ist nämlich, ihr müsst euch vorstellen, wir haben... Moment, ich guck mal eben. Wir haben... Da oben, moin. Irgendwie, falls ihr das sehen könnt, wir haben gleich 10 Uhr. 10 Uhr abends. Ich fütter mal eben meine Katzen, deswegen stelle ich euch mal eben hier ab. Moment. Hoppala, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, ich möchte ein bisschen ducken, weil ich so bloß bin. Katzenfutter, normales, ich glaube ein Aldi oder so. Hier mal eben ein bisschen. Falls ihr die Katze sehen wollt, Mieze, guck mal hier. Hier ist die kleine. Hey. Und, wir haben noch eine. Das heißt, wir, meine Eltern. Meine Eltern sind mich zur Zeit für Reis und ich kümmere mich um die Katzen. Dann gebe ich ihnen was. Weil die Katzen kann man schlecht mitnehmen, ne? Der Hund hat mitgenommen. Aber die Katzen, die haben keinen Urlaub verdient. So, das packen wir gleich weg. Ich weiß leider nicht, wo die zweite ist. Jetzt muss ich dir noch so eine halbe Tablette geben. Was ist das? Das ist nur bei der Kleinen, ist Kalium, Chloratum. Keine Ahnung, wofür das ist. Meine Eltern haben gesagt, muss auf jeden Fall gegeben werden. So eine halbe Tablette. Deswegen spreizen wir die mal eben mit einem Mäse. Leute, wenn ihr mit dem Messer arbeitet, immer vorsichtig, ne? Nicht, dass ihr euch schneidet. So, haben wir. Zack. Eigentlich müsste ich den noch kleinmalen, aber die Katze frisst sie so oder so. Die andere Hälfte packen wir wieder da rein. Boah, der sieht voll geil aus. Ich mag diesen Weitwinkel. Vor allem, die Kamera, die macht das echt alles. Die belichtet das richtig gut. Muss ich euch mal zeigen. Moment, boah. Nehmen wir eben die Kamera. So, hier haben wir das Essen. Zack, da ist es. Jetzt gehen wir mal draußen auf die Terrasse. Hier ist es ein bisschen dunkler. Moment, ich kann mal Licht anmachen. Hallo. Hände voll, egal. Dann haben wir halt weniger Licht. Jetzt sind wir hier. Und hier stelle ich das Essen ab. Ich hole eben auch noch das zweite. Kleiner Momento. Aber ich muss euch was richtig Geiles zeigen. Ihr müsst euch vorstellen, es ist... Wir haben Dienstag, ja? Also, ich werde das morgen wahrscheinlich auch klar. Wir haben Dienstag, ne? Jetzt passe ich mal auf hier das zweite Essen. Mmmh, sieht das lecker aus. Hier ist es nebenbei mega dunkel. Und die Kamera, die belichtet das automatisch, also. Bisher ganz zufrieden von der Cam. Wupp. Stellen wir es auch der zweiten Katze die gleiche... Guck mal, die ist... Oh, die kleine hier. Oh. Pass auf, es ist 10 Uhr, ja? Es ist, ihr seht, hier draußen im Garten stockfinster. Ihr seht gar nichts. Außer, pass auf, ich zeige es euch. Da vorne. Sieht euch das mal rein. Sieht man jetzt nicht viel. Da arbeiten, aber Bagger und Hass nicht gesehen, um 10 Uhr abends. What the fuck. Und dann noch bei der Glotz. So. Na ja, das zum Thema. 10 Uhr abends, die werden aber locker bestimmt die Nacht durcharbeiten. Lassen wir die Katzen draußen. Was gibt es heute so Neues? Eigentlich nicht vieles. Eigentlich nicht vieles. Ähm, ja. Heute nehmen wir gleich noch Daisy Standalone auf. Morgen die Daisy Mod. Falls ihr mal mitspielen wolltet. Wir werden wahrscheinlich auf dem TLC-Server aufnehmen. So, ich mach's einfach. Ich lass die Cam einfach nicht los. Ich stell sie einfach nicht ab. Äh, wir werden wahrscheinlich auf einem TLC-Server aufnehmen. Wenn jemand mitspielen möchte gegen 18 Uhr, also das heißt für euch heute, ne, wenn ihr das Video seht, gegen 18 Uhr einfach connecten, ein bisschen mit uns zocken. Vielleicht könnt ihr euch daten, wer wer ist. Wir werden vielleicht auch vorher, vielleicht auch später aufnehmen. Wer weiß, wir sind ja nicht immer so die pinklichsten. Kennt man uns, aber das muss man gleich wegschmeißen. Mach's mal eben noch die Gabel aus. So, die haben die Schwesterhaken. So, ein bisschen hier mit dem Schwamm rüber. Kennt ihr das? Wenn man alles mit einer Hand macht. Hört sich wieder pervers an. Hab' da mal das stehen lassen. Ja, Leute. Was steht an? Ähm, eigentlich nicht vieles. Ich hab' überlegt jetzt, ich versuch' bisschen mehr mit anderen YouTubern zu machen, weil die Leute sagen, mach was mit dem, mach was mit dem. Ich hab' jetzt ein paar Leute angestrieben, ein paar haben geantwortet, ein paar haben natürlich nicht geantwortet. Ähm, ich werd' mir jetzt einige Konzepte ausdenken, was man machen könnte. Vielleicht habt ihr Ideen, was man spielen könnte. So eine Challenge-Strike, wie zum Beispiel Peatsmeet das zurzeit macht, würde ich ganz cool finden. vielleicht auf so kleinen, basierten Mini-Spielen. Wie zum Beispiel Mini-Golf oder hast'n nicht gesehen oder... Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Werde ich mir was ausdenken. Sonst, die Cam einfach... Wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen getestet. Guck mal. Meine große Nase. Mit dem Schnief-Geräusch. Meine Nase ist nicht zu. Naja. Machen wir hier das Licht aus. Wollen wir die Wohnung auch so verlassen? Denn es geht weiter. Ihr wisst ja, Zeit ist Geld. Oh, der gibt Licht aus. Und jetzt schaut mal wie hell das ist. Normalerweise sieht man es hier gar nicht. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag die Cam. Ich werde auf jeden Fall meinen Spaß mit der Cam haben. Nehmen wir noch den Müll mit. Den schmeißen wir nämlich raus. So. Leute. Deswegen. Wir verabschieden. Hoppala. Wir verabschieden uns für heute. Ich hab grad... Oben das rausgehauen. Moment. Das müssen wir wieder... Hier. Repair. Repair-Status. Muss ich euch zeigen. Geht rein da. Geht rein. So. Jetzt ist es wieder drin. Jetzt ist es wieder drin. Jetzt ist es wieder drin. Ach. Wollt ich denn hier alles mal kaputt gehen? Ne Leute. So. Wir sind wieder da. Ich hab bisher immer auf den Bildschirm geguckt. Aber jetzt gucke ich in die Cam. Denn. Ihr wisst ja. Wizzle 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 wizzle. Schüsse. Mal sehen sie. So sehen wir heute aus. Ja. Hey du. Harte wieder bisschen lang muss ich sagen. Harte wieder bisschen lang. Harte wieder bisschen lang. Vor allem guck mal da hinten. Ich hasse das. Lange harte. Kannst du nie so wirklich hoch sammeln. Ihr seht das. Die halten nicht. Halten nicht. Müssen wieder geschnitten werden. Wollen wir demnächst machen. Naja. Was sollen wir machen? Ich düse wieder ab. Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschuuu.